Hallo zusammen, herzlich willkommen an diesem Sonntagmorgen mit dem Croissant in der Hand. Ich finde es gerade nicht, aber ich sage es dir später. Meine Damen und Herren, heute ist wieder einmal mit dabei der Elia. Moin, das ist extra später, weil mein Gipfel liegt halt. Ja, hey, was wirst du? Mit dabei ist natürlich auch noch der Grisayeti kurz vor der Rente. Er zerstört die AHV in der Schweiz. Moin! Guten Morgen miteinander! Und wir starten direkt die Runde. Let's go! Meine Damen und Herren, die erste Map, der guten alten Big Blue, richtige Abfucker-Scheiss-Map. Ja, meine Mitspieler... Au, das ist gut! Nein, das ist ein Scheiss-Map! Nein, das ist scheisse! Nein, jetzt habe ich den Start verpasst wegen dir! Ja, so ist es recht genau. Ich vermisse schon den Mark. Ich vermisse den Mark. Schon jetzt vermisse ich ihn. Ja, dann geh doch zu Mark. Ja, dann geh doch zu ihm. Digga! Nein, ich fahre da wie nach Rentnern! Wie nach Frührentnern! Als wenigstens zahlst du das, was ich nicht in meinen Namen habe. Ich wollte gerade sagen, wo kommt der Spruch noch? Zweit muss er ja noch kommen. Oh mein Gott! Uh, er läuft gut, läuft gut, läuft gut! Bei mir läuft es absolut scheisse! Ich kann jetzt aktuell auch noch nicht klagen. So? Aber mir ist es sehr gut! Oh, Jürg, du bist gerade hinter mir! Oh, Schätze! Ja, ja, und ich habe nichts, um dir in den Arsch reinzuhauen. Das heisst, ich fahre nicht so einfach. Und hoffe, dass ich so zweitig bleibe. Das ist an sich mein Ziel. Wieso ist er mir? Das ist gut! Was siehst du? Elia? Elia ist am Fluchen, das klingt gut! Ja, und wir können ganz in einer Ruhe fahren. Wieso bin ich viert? Nein, das ist nicht gut. Vor allem, ich fahre absolut scheisse. Das ist doch normal bei dir, oder? Jetzt trifft mich dann wieder ein roter. Ah, shit, 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 nicht gut, nicht gut. Ah doch, ich fahre eigentlich nicht schlecht. Du fährst noch gut, du fährst schön sauber. Und ich lerne jetzt davon. Nein, 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 ich bin ein roter. Jürg, Jürg, lass mich doch einfach sein! Wie? Ich habe niemanden vom Gag hier vorgenommen. Jürg, Jürg, komm! Nein! Hallo, mein Controller, mein Controller, Alter! Alter, Alter, ey! Das gibt es doch nicht! Nein, 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 ich bin vom vierten, fünften. Wenn ich mal jetzt nicht erst bin und ein scheissblauer. Alter, mein Controller. Und der erste? Ist dein Kontrolltyp? Er hat gerade ausgeschaltet, mit 10. Ich habe ihn überholt und dann hätte er gedacht, ich gebe gerade auf, ich gebe gerade auf. Ich kann ja nichts machen. Hehehe! Marello, 6. Platz, 7. Wie fühlt sich das an? Meine Damen und Herren, jetzt das zweite Rennen im ersten Rennen. Ich weiß nicht, was so passiert ist. Und meine Damen und Herren, Elia und Jürg, ich habe absolute Gegel. Einfach nur, nur Unehrenmänner. Sie gönnen nichts und wollen die grösste Scheiss-Drecksmabus. Ja, aber du hast kleine Lücke. Ganz ehrlich, ist ja jetzt gewählt worden. Ich habe nichts gesehen. Ich mache einfach nur Theorie. Ich mache lieber Theorie in Uni Freiburg. Ja, ja, ganz ehrlich. Mach mal deine Bachelorarbeit. Ja, du fährst. Erst an mit dem Studium, ganz ehrlich. Ja, erst einmal dir bewusst werden, was du überhaupt machen willst. Das ist sicher nicht das, was du machst. Sepp, Sepp. Sepp sicher nicht. Wieso bin ich auf mich? Sepp? Ich kann schon dort die Tür abfahren. Das gibt es doch nicht. Nein, wir haben den Roten. Wieso habe ich jetzt meine... Hallo. Wieso habe ich jetzt meine Rote einfach geschossen? Ah, nein! Ich habe den Röckspiegel. Ich habe mir den Röckspiegel fokussiert. Das gibt es doch nicht da. Wie kann man so... Ich fahre so schlecht in dieser Runde. Es ist nur wegen deiner... Oh mein Gott. Ey, ich fahre jetzt so schlecht. Ich fahre jetzt so schlecht. Schau mal, wer vor mir ist. Jetzt sage ich nicht mehr. Jetzt ist es fertig. Jetzt ist einfach Konzentration. Weisst du, du hast nur Itemluck. Du hast den vorher nur überholen, oder wegen des grossen Bildes. Wieso fahre ich da durch? Ich fahre so schlecht. Ich bin so schlecht. So schlecht. Oh, Maelo. Nein, nein, nein. Das ist nicht von mir. Das ist für dich. Nein, nein. Jetzt kommt noch ein blauer. Und noch mal... Oh, Jür. Hey, was soll das? Ich war so schön vorne dran. Und dann kommt noch ein blauer. Ein roter. Ein roter. Alla Scheisse. Und jetzt bin ich noch eine dritte. Das ist einfach zum Kotzen. Das Spielen. Echt. Nein, Jür. Die ganze Zeit nur am Grennen. Nein, es ist einfach unverdient. Es ist so etwas von unverdient, dass ihr jetzt hier vorne seid. Ei. Ja. Ist noch nicht fertig. Hey, die Grünen. Mach mir Scheisse. Hä? Nein. 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 Du siehst. Wie blöd kann es sein. Ist es wirklich so weggelassen? Selbstverständlich fahre ich dir ins Arsch, wenn du eine Bombe hast, denn sie weiss, es nimmt sie und mit mir zusammen. Du eine Banane. Hey. Wie soll die Leute mir überfahren? Die Lumpenhunde. Hey, nimm mir doch nicht alle Münzen weg, Maelo. Ja, logisch. Nimm dir diese Scheisse Münzen weg. So, komm jetzt, komm jetzt, komm jetzt. Das ist eine Frechheit von dir. Du weisst schon, dass der Elia vor uns ist. Ja, ja komm. Dann geben wir jetzt noch einen Denkzettel. MAM, NIE! Ich mache jetzt die Kugelmasche. Komm jetzt, komm jetzt. Jüge, Jüge, jetzt können wir Faxen. Jüge, Jüge, jetzt können wir Faxen. Jüge. Ja? Nein, nein, ich habe nichts. Ich hatte nur eine scheisse Banane. Ja, auf Platz 1 ist wahrscheinlich ein Kugel. Das dritte Rennen, meine Damen und Herren. Ich weiß nicht, wie die Map heisst, das ist absolut verschlafen. Let's go! Diesmal verpenne ich den Start nicht. Let's go, baby. Ich wirke ihn ab. Ich sehe ihn schon, wie er ihn abwirkt hat. Ja, das ist wirklich so ein so ein bester Moment. Was ist das so ein bester Moment? Scheiss Donations, ey. Snipe! Snipe! Oh, knapp. Oh, verdammt mich, weißt du. Wegen dieser Zweier nicht kriegt. Oh Scheisse, er hatte eine Protection. Ich hatte keine Achte. Scheisse. Immer geschützt. Nein, doch nicht auf mich. Du bist vor mir gefahren. Du siehst, was soll ich machen? Nein, nein, nein. Jetzt? Das ist doch wieder eine Fremde. Oh, Elia gesnipet. Gesnipet habe ich Elia. Das war wirklich ein Sniper Shot. Ein Todesmann. Oh Mann. Face-Geland-Bewerbung habe ich schon geschickt. Oh Mann. So, komm. Nein, hey Elia, wieso hast du mich jetzt wieder überholt? Mann. Nein! Ja, ich werde ein wenig hinteren gereicht. Das kommt gar nicht von mir, das Zeug. Ich bin im Füften. Alles, was da kommt, ist gar nicht von mir. Alter. Elia, du musst gar nicht anfangen mit dem Gugus. No, no. Nein. Was kann man von einem Item-Lock haben? Und dann noch blauen. Ei, ei. Es ist einfach wirklich zum Kotzen. Ey. Milo? Nein! So. Jürgen, was war schon? Was war schon eigentlich dort auf dem Platz? Ja, ich weiss. Es ist... Nein, 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 nein! Nein! Ich habe es gewusst! Ich habe es gewusst! Ich habe nur Schmutz-Eiten. Das geht es nicht. Das geht es nicht. Jetzt komm. Gehen, gehen, gehen! Ja! Nein, 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 nein! Gib mir etwas... Nein! Ich habe etwas für die Protection. Ich habe etwas für die Protection. Nein, nein! Sehr schön! Und erst! Nein! Nein! Scheisse! Elia, yes! Elia! Sehr schön! Schmeck! Ich will es noch probieren. Was? Der Jürgen ist... Ah, ich war im ersten Rennen auf dem 6. Platz. Darum seid ihr vor mir. Darum seid ihr vor mir. Ganz ehrlich. Das letzte Rennen im Animal Crossing Dorf. Ich habe gehört, Jürgen finde die Map sehr sehr sympathisch. Ja! Wir legen doch mal los! Sepp ist sehr sympathisch. Sepp ist sympathisch. Nein! 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 Er ist noch echt... Boah! Jetzt hat er mir auch... Oh ja, die Map... Ich habe mit ihm auch mal gespielt. Direkt, direkt. Nein, gar nicht, gar nicht. Nein, was mache ich da? Kriege ich ein Geschenk? Ich habe keinen Sinn. Ja genau, ich kriege immer so schlecht fahren. Ja, wo in? Du hast ja Dings, wo du dich scheiss tröten. Tötet was tröten. Ja, Jürg. Ganz ehrlich. Ich habe nur gewartet, bis du dich scheiss tröten anblasst. Ich habe nur darauf gewartet. Und es kommt noch mal an Roten von mir. Nein, das gibt es doch nicht. Wie viele Rote kommen hier vom Siebjub? Ich weiss doch nicht. Jeden Siebjub überholt mich gerade. Wer ist der erste? Einer für den Lia. Nein, das ist sicher ein Blauer. Ja, ja, das ist ein Karchi. Du kennst das gar nicht. Ich habe nie die Animation von einem Blauer. Du kannst es nicht aushalten. Ich bin jetzt auch der erste. Okay, ja. Weisst du, du kannst es auch nicht gönnen. Jürg. Ich kann schon mal nicht, wenn ich die ganze Zeit runter droppen. Komm Jürg, verpisst dich. Nein. Ja doch, nein, nein. Hey, das ist doch eine Frechheit. Siehst du, ich hasse diese Strecke. Die haben es von Anfang an gewusst. Die Strecke ist einfach ein Müll. Ich finde es gar nicht so schlecht. Ja, weil ich bin schon auf dem ersten Platz. Ganz ehrlich. Ich finde es jetzt wirklich nicht so schlecht. Es ist ja auch nicht schwierig. Ah, ja, okay. Hat dich den Blau verwutscht? Nein, weisst du. Was? Ja, und noch einer. Ich bin noch mal einer. Du bist so... Du bist so... Nein. Weisst du, Grischa, du weisst schon, dass du den Milo jetzt erst werden lässt. Ja. Aber mein Ziel ist einfach... Yes! Nein, 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 nicht dritte. Die dritte, die zweite. Yes, die zweite noch. Sehr wichtig. Sehr wichtig. Sehr wichtig. Sehr schön. Gönnen euch die Tabellen. Wer ist auf dem ersten Platz mit 7 Punkte Vorsprung? Das Endresultat. Das ist ein wenig komisch, weil Jürg ist auf dem ersten Platz, weil bei mir Technik gesprungen hat. Ehe, gönnen wir jetzt noch mein entspannte Croissant. Ehe sechstermor, wo es ist. Und Jungs, hat ihr noch ein Schlusswort zu sagen? Nein. Können wir ins Video schauen. Link ist in der Videobeschreibung. Und dann abonnieren. Das Video von Jürg ist natürlich auch in der Videobeschreibung. Sieht es euch ein. Es sind natürlich auch noch ein paar schmackhafte Runden drin gewesen. Abonniert den Kanal und liked das Video. Kuss, kuss. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.